Gibt es noch Toffee-Teste? Aktuell nicht, nein. Erstens, ich mache ja gerade momentan so ein bisschen aufpassen, was ich esse und so. Und zweitens, ich muss ja auch erstmal wieder was finden, was ich testen kann. In letzter Zeit kommt mir auch nichts vor die Flinte, was ich irgendwie kaufen könnte, um es zu testen. Ach, die! Die Scheiße, 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 Frau! Ich wusste gar nicht, dass die Isala heißt, ich weiß auch nicht, wie die heißt. Die heißt für mich Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, nee, ich glaube nicht, dass die das gesehen hat. Oder? Sie könnte ja mal eine Reaction auf meine Reaction machen. Dann mache ich eine Reaction auf ihre Reaction auf meine Reaction. Und dann geht das immer so weiter. Das war mal im Trend. Da hat man alles Reaktion, was ging. Ich habe einfach alles Reaktion. So, ein paar Pilze. Absolut gerechtfertigt als Sechster. Ich kenne mich schon gar nicht mehr auf. Ja, als ja. Blubblub. So, und die Grüne. Möchte die jemand haben hier? Mino, du zum Beispiel. Ich könnte... Oh. Okay, jemand anders hat sie schon genommen. Sie war wirklich eine sehr, sehr tolle Grüne. Mino? Ich habe nur... Komm mal her. Mino? Sie sind drifftig hier eigentlich nicht richtig. Es ist gediegen gerade irgendwie, ne? Mino, bleib mal stehen hier. Ich möchte nah an dich rankommen. Komm mal her, Mino. Das war es mir wert. Das war es mir wert. Das war es mir absolut wert. Das gibt es nicht. Das war mir so was von wert. Ah, Mist, jetzt habe ich niemanden getroffen, bitte. Ich habe mir selber als Außenmanövrieren. Aber das war es wert. Wirklich. Entschuldige, das müsste sein. Oh, ein Kugelwing. Oh. Mino, bleib mal stehen. Mino, bleib stehen. Mino, du bist mein Nemesis in dieser heutigen Aufnahme. In diesem Scream hier. Komm, hier. Nimm mal. Entschuldigung. Ein Pilz. Ja, gut, aber ich bin zweiter. Komm, den ersten auch noch einholen. Das wäre ein guter Start. Okay. Wir behalten den mal. Oh, ja, komm. Ja, ja. Den ersten Räppischen. Komm, 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 komm. Ja, ja, komm, 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 komm. Check this out. Do, 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 do. Check this out. Jetzt ist der Toffee wieder back in the game. Fest hätte ich nicht gekriegt. Ach, was? Jetzt ist der Toffee back in the game. So, jetzt können wir die ganze Nacht spielen. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich genieße jetzt mal ganz kurz die Krone. Die ist eh gleich wieder weg. Gigi Toffee. Ja, danke. Gut, gut Gurkenwasser, ne? Oder was heißt das, Gegel? Bin Föhrer rausgelogen. Du bist auf Föhrer rausgelogen? Du hast, du hast nicht nur gelogen, du hast nicht nur gelogen, du hast auf Föhrer gelogen. Auf der Insel Föhrer, was, was fällt dir ein? Schäm dich. Gelögen. Jetzt ist der Wurm drin, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt hat Toffee einen Höhenflug, weil er jetzt mal einmal gewonnen hat. Und jetzt fängt er wieder an, Schwarz zu erzählen. Jetzt gruselwuseln wir uns mal wieder durch hier. Wir machen jetzt ein bisschen hier die Standard-Rennen. Oh Gott. Spätzle mit Röstzwiebeln wäre jetzt... Oh, hör auf, ey. Ne, aber jetzt ein Döner wäre besser. Das wäre nicht gelögen. Wenn ich jetzt einen Döner hätte, würde ich einen Knall hart fressen. Aber ich bin so froh, dass es bei mir... Eigentlich ist es ja gut, dass ich keinen Lieferservice hier habe, der mich beliefert, außer der Inder und Indisch-Ess. Entschuldigung, also bevor ich jetzt hier regelmäßig Indisch esse, kann ich mir gleich direkt aufs Klo setzen und einfach sagen, lass laufen. Ähm, nee, eben deswegen bin ich froh, dass es eigentlich keinen guten Lieferservice hierher gibt, weil ich glaube, den würde ich viel zu oft nutzen. Und da würde ich gerade so in so Abenden, wo man sagt, oh, jetzt ein Hüngerchen, aber eben auch... Hups. Ich weiß gar nicht. Ähm, aber jetzt halt eben auch nicht losfahren extra deswegen. Ich glaube, an solchen Abenden merkt man... Äh, ich mach euch ja nicht platt. Entschuldigung. Aber wenn ihr mich so fertig macht... Eben, da läuft man halt Gefahr, dass man immer mal wieder so ein... Eben nachgibt und sagt, ach, wir bestellen mal halt, ne? Jetzt eine kleine Pizza. Ne? Weiß man jetzt, wie fies die Pizza sein kann. Die liegt aber auch immer so schwer im Magen, wenn man spätabends isst. Ich kann das mittlerweile nicht mehr. Das konnte ich früher als Teenager immer voll oft spätabends noch voll viel fressen und dann konnte ich trotzdem mal super schlafen. Mittlerweile liegt mir das so schwer im Magen, dass ich irgendwie nicht richtig gut schlafen kann. So, ups, 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 weee. So, komm, auf dem dritten haben wir uns wieder vorgearbeitet. Jetzt muss es weitergehen. Oh. Eine Kugel will die als dritter. Was auch mal was? Oh, oh, hallo! Was denn los mit euch? Und jetzt ist mein Kugel-Winnie weg. Seid ihr eigentlich beknackt? Weißt du, wie selten das ist, dass man als dritter einen Kugel-Winnie bekommt? Und ihr missgönnt einem auch echt die Drecke oder die Fingernägel, ne? Oh. Und das ist nicht gelögen. Ach das. Gehen wir mal durch hier, ich bin Arzt. Aua, nein, drifte doch, du scheiß Fiech! Mann. Och, Mensch. Jetzt habe ich aber auch echt einen Wurm drinne. Oh, leck mich. Jetzt fahre ich jetzt hier. Oh, hallo! Nee, ich bin gespannt! Ah! Wie kann man so verkacken? Oh Gott, das war die peinlichste Aktion in Mario Kart ever. Oh Gott, wie kann man so verkacken? Dummheit bestrafen. Das war absolut gerechtfertigt. Ich bin schon voll gesappert hier überall. Oh ja, ich wollte mal gucken, ob die Mauersubstanz auch wirklich gut hält, Niki. Ja, das sah irgendwie so morsch aus. Ich dachte, da kommt ein bisschen Spachtelmasse ran. Oh. Oh, ich sah da wie enttäuscht. Er hätte hier lieber Bogen schießen, als das anzugucken. Oh Gott. Ja, Nikis Strecke. Ich sag dazu nichts mehr. Nee. Wir kümmern das irgendwie... Eigentlich würde ich am liebsten jetzt einfach stehen bleiben. Die Runde ist eh gelig gegessen. Nein, komm. Wir geben nicht auf. Wir, ähm... Besser als Lenya sind wir alle mal. Oh, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Die arme Lenya, weißt du? Die will doch nur ihr Gyros. Und dann mach ich sie so fertig. So, oh. Hä? Gott. Ich kehre die Strecke zu wenig. Ja, ich muss erst mal die Kniffe hier rausfinden. Was hier so besonders ist. Aua. Warte. So, warte. Warte, warte, warte. Ich hab was. Ja, mit Roten werfen kann ich auch, ne? Wie hier. Entschuldigung. Ich hab Niki war das, wo ich gerade mit der Roten geworfen hab. Aber, ja, ich... Irgendeiner muss es immer ausbauen. So, uah. Die Blaue kommt, die Blaue... Ich bin extra ausgewichen. Hab's nur noch gesagt. So, jetzt kommt's weiter. Weiter, dass das... Das wird... Das wird... Man... Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Ich fad' die... Ich fad' die voll lustig. Jetzt ist sie nur noch fies. Ah. Ja, entschuldigung, Mario. Musste sein. Ich... Ich verwechsel... Ich weiß... Ich denke mal, ich muss da oben lang. Ich weiß nicht wieso. So, jetzt. Und ein Stern als dritter. Fühltig gut. Total legitim. So, komm. Schnell noch, schnell, schnell, schnell. Oh, 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 oh. Nein, ich nicht treffen. Kann die Piranha-Pflanze nicht auch mal die Roten fressen? Das ist uns alles. Nein, ich wollte die nach hinten packen. Hör mal. Lass mich mal. Gut, 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 gut. Komm, schnell, schnell. Gutes Eigen. Lydia, es tut mir leid, aber du musst dran glauben. Okay, ich kann jetzt. Entschuldigung. Dritter. Ja, gut. Was ein Pro... Warum klipsst du sowas? Was ein Po müsste da stehen? Ohne R. Toffee, der hinter. Ich habe eine Frage. Kannst du deine Facecam mittig unten platzieren? Man sieht nämlich, in welchen Rennabschnitten du bist. Und wenn man erst später dazukommt und es wissen will, sieht man es nicht. Hä? Aber man sieht doch die... Warte, welche... Nee, warte, ich will nochmal... Ich will nochmal Vancouver probieren. Sieht man die Platzierung nicht? Ich dachte, die Platzierung ist rechts, oder? Auf der rechten Seite, oder? Dachte ich. Ist die auf der linken Seite? Habe ich es nicht gemerkt? Ich muss mal gleich drauf achten. Ach man, die Lab sieht man nicht. Also die Map. Die Karte. Ah ja, das ist jetzt nicht so wild. Aber mittig finde ich immer so blöd. Weil mittig sieht immer komisch aus. Ich gucke ja immer so ein bisschen seitwärts. Und wie komisch würde das aussehen, wenn die Kamera mittig ist. Ja, ich glaube, das ist nicht so... Also ich finde jetzt nicht so... Oh, Rob gezockt, hallo. Ja, also das ist, denke ich mal, nicht so... Entschuldigung, wenn ich das jetzt verneinen muss. Aber ich fand das jetzt nicht so praktisch. Ach so, welche Runde sehe ich da jetzt gerade? Ja, eben. Also, ja, aber das ist doch nicht so wild. Das könnt ihr an den Ton tatsächlich hören, sogar mittlerweile. Der Ton sagt nämlich, also wenn die Musik schneller wird, sind wir in der letzten Runde. Das ist tatsächlich so. Schon mal drauf geachtet. Oh Gott, die Strecke. Das ist eigentlich ganz cool. Die habe ich früher immer gerne gespielt gefahren, aber ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Hui. Immer schön auf dem grünen Fahnen, Leute. Katzenmudi, hey. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich hoffe, es war sehr erfolgreich. Und du genießt deinen Feierabend. Ich genieße hier ein paar Runden, in denen ich nur verarscht werde. Entschuldigung, dass ich verarscht gesagt habe. Ich meine, ich habe mich nicht vergesetzt. Hilfe, Hilfe. Mann, was ist denn? Das war jetzt nicht verarscht. Das war einfach nur doof. Hier, Entschuldigung. Muss sein. So. Und noch ein Item. Äh, Doppel Item. Yeah, komm. Give it to me. Nye, 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 nye. Oh Gott. Oh, ein Pils. Nein, nicht ein Pils. Oh Gott. Den Manni kann man auch gut nutzen, wenn man nichts schick macht. Aber ich nehme lieber noch ein Doppel Item. Oh, geht, 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 geht. Nein. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Mann. Dritter. Ich hätte... Oh Mann, wäre die Banane nicht gewesen. Wer hätte ich vielleicht sogar noch getroffen, kurz vorm Ziel. Verdammte Kacke. Muri, hey. Kann man gleich noch mitspielen. Ja, klar. Kannst du reinjoinen. Das war jetzt sowieso das letzte Rennen, glaube ich, ne? Dritter. Mino, was ist da los? Achter? Was ist denn mit Mino passiert? Oh, oh. Aber ich hätte gerne einen zweiten noch gewohnt. Aber wenigstens sind wir auf dem Treppchen. Bis zum nächsten Mal. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.